Was geht ab, die ganzen Gruppspros? Vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt und herzlich willkommen zu diesem kleinen Info-Video. Wie ihr schon am Titel erkennen könnt, dreht es sich um die Streams, denn ich möchte ab der kommenden Woche, also die, die jetzt anfängt, möchte ich dann wieder mit den Streams anfangen in der ersten, was heißt in der ersten, also es ist ja zwei Wochen ausgefallen und die erste Woche fiel leider meiner Weisheit 10 Operation zum Opfer. Da waren dann weder Aufnahmen noch Streams möglich, ich konnte sogar tagelang nicht zocken, was ist schlimm! Und ja, Aufnahmen oder Streams mitreden werden dann erst recht nicht gegangen. Und ja, in der zweiten Woche musste ich dann wieder zusehen, dass ich mit den Videos wieder ins Lot komme, dass da wieder genügend am Mann sind, da muss ich nämlich wieder vorproduzieren, dass das hier alles läuft, denn täglich Videos, da muss man vorproduzieren, ja, also manchmal, also wenn man so viele bringt wie ich, dann ja. Aber jetzt ist wieder alles im Load und ich werde gestreamt auf Twitch! Ja, also ab Montag geht es dann wieder los, ist ja der alte Plan dann Montag, Mittwochs, Freitags jeweils ab 17 Uhr, wobei ich hier schon mal sagen muss, dass ich es diese Woche Freitag leider nicht schaffe, aber das ist, denke ich mal, verkraftbar, hoffe ich, dass ihr mir das verzeiht. Ich habe mir auch ein paar Gedanken gemacht, welche Spiele ich so streamen würde, denn ich habe mir überlegt, pro Stream ein Spiel wäre eigentlich schon ganz gut, dass man so immer weiß, so, ja, Titanfall oder sowas halt, da gucke ich gerne zu, dann bin ich am Freitag dabei oder sowas. Also dann muss ich mal gucken, welche sich dann da letzten Endes durchsetzen, ich werde die auch nochmal, glaube ich, in den nächsten Streams anspielen und mal gucken, wie die dann bei euch ankommen und ja, dann können wir uns zusammen ein kleines Programm so zusammenstellen und dann hoffe ich, haben wir, haben wir beide, wollte ich gerade sagen, aber haben wir beide Parteien, also die Zuschauer und ich, viel Spaß zusammen in den Streams und ja, da würde ich auch sagen, verabschiede ich mich hier, es ist alles gesagt, was gesagt werden soll und ich hoffe, dass ihr dann auch am Montag oder auch halt allgemein in den Streams mit dabei seid, ab 17 Uhr, Montags, Mittwochs und Freitags auf Twitch. Yeah, tschüss.